Musik Wir sind sehr begeistert von unserer Wittscherlich Spa und freuen uns, dass wir mit den Künstlern 431 Art hier jetzt das erste Künstevent in dieser Wittscherlich Spa realisieren können. Wir haben seit März 2009 hier unser Artikel mit Scherlichhaus im 16. Stock und haben dadurch natürlich das Haus auch kennengelernt, die Menschen hier im Haus und diese Spa-Anlage hier im Erdgeschoss. Und da war es für uns recht naheliegend, den fünf Elemente, der eben 2001 entstanden ist, in so enger Verbindung mit den Elementen, nämlich hier mit Wasser oder im Moment sitzen wir im Saunabereich, mit Wärme oder Hitze oder Feuer auch zu zeigen und erlebbar zu machen. Ich fand es sehr beeindruckend, dass wir das beim Plätschern des Schwimmbades eben anschauen konnten. Es fasste alles haargenau zusammen und es macht mir Spaß, jetzt schon an die Zukunft zu denken und weitere Events hier im Hause zu planen unter Einbeziehung der Wirklichkeiten dieses Hauses. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020